Nimm dir nun ein wenig Zeit für dich und sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Begleite mich nun auf eine kleine Reise. Stell dir vor, wie du einen Berg hinaufwanderst. Auf deinen Schultern trägst du einen schweren Rucksack. Wenn du oben auf dem Plateau angekommen bist, atme erst einmal tief durch. Setze dich dann auf die Bank, die du dort siehst und setze auch deinen Rucksack ab. Öffne diesen Rucksack und darin siehst du Steine verschiedener Größen. Und auf den Steinen stehen Worte. Vielleicht steht dort Finanzen, Partnerschaft, Kinder, Kollegen. Und du siehst jetzt, wie ein Heißluftballon angeflogen kommt und ebenfalls auf diesem Plateau landet. Du kannst die Steine aus deinem Rucksack nun in den Korb dieses Heißluftballons ausleeren. Vielleicht möchtest du jeden Stein vorher noch einmal in die Hand nehmen und ihn dann in den Heißluftballon legen. Oder du möchtest alles auf einmal ausschütten. Wenn sich alle Steine aus deinem Rucksack in dem Korb des Heißluftballons befinden, steigt er wieder auf. Steigt weiter nach oben, immer höher und fliegt dann davon. Du kannst ihm nachschauen. Er wird immer kleiner und kleiner, bis du ihn kaum noch erkennen kannst. Ruhe dich jetzt noch ein wenig aus. Setze oder lege dich auf die Bank, auf dem Plateau. Spüre die Leichtigkeit und genieße es. Du weißt, dass du dich gerade freigemacht hast von deinem Ballast. Und dann setz dich wieder auf, steh auf, nimm deinen nun leichten Rucksack und wandere den Berg wieder hinunter. Wie fühlt sich das an, die Leichtigkeit auf deinen Schultern? Zu wissen, dass du all deinen Ballast gerade zurückgelassen hast. Und nun komm zurück ins Hier und Jetzt. Bewege deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Bernatere Füße und Untertitelung des ZDF, 2020